Heute haben wir einen sehr heftigen Kampf und wir schauen uns mal besonders die erste Runde an. Da sagen viele Leute, dass die beste erste Runde, die es jemals im Boxen gab. Und es ist der Kampf zwischen Tommy the Hitman Hearns gegen Marvelous Marvin Hagler, also zwei der Four Kings und 1985, die sind die aufeinander getroffen. Und das war ein richtig heftiger Kampf. 30 gegen 26, Thomas Hearns der etwas höhere, etwas größere. Gewicht ist dasselbe bei ungefähr um die 75 Kilo. Biss halt weniger. Okay, jetzt geht's los. Wir müssen überlegen im Boxkampf, das geht ja zwölf Runden und meistens nehmen die Boxer erstmal die ersten Runden ein bisschen sich Zeit, um den Gegner, der Blick, der Blick gibt euch den Blick, um den Gegner ein bisschen, ja, erkennen zu lernen, wie hart schlägt der, wie schnell schlägt der, was ist gefährlich, wo muss man aufpassen. Und jetzt schauen wir mal an, was ist denn der erste? Bang! Und der gleich geht direkt nach vorne. Jetzt mal von seinem Southpaw-Stand. Ist auch Heglas eigentlich ein Southpaw, aber weil niemand gegen Southpaw kämpfen wollte, hat er dann sich als orthodoxer Kämpfer auch ausgegeben und hat das auch gelernt. Mann, schaut euch an, wie die Ballern direkt. Das heißt, sie sind beide sehr technische Boxer eigentlich, aber hier ist auch, da haben die einfach, wollen die einfach reingehen und draufhauen. Die versuchen halt echt sich auszunocken in der ersten Runde. Und das sieht man nicht so häufig bei Profibox-Campfen, weil die Leute wissen, weißt du, dass wenn du sprintest, dann kannst du keine zwölf Runden sprinten, also. Den Sprint machst du halt da vielleicht eine Minute lang oder so, wenn du wirklich 100% gibst und dann ist die Energie auch irgendwann wieder weg. Deswegen, da muss man sich das ein bisschen einteilen. Und Thomas Hearns hat eine richtig gefährliche Rechte, also richtig knackige Rechte. Da hat er viele Leute mit ausgenockt, also ein großer Typ. Der Southpaw ist auch eine gute Waffe, die Rechte, also. Heglas versucht reinzukommen in die Distanz. Uh, krasser Jab, weil sein Jab ist auch wie, der kommt rausgeschossen, geschossen, geschossen. Und Hegler hat halt deinen Kinn aus Beton, der Typ. Also den, soweit ich weiß, wurde er nie in seiner Boxkarriere genocktaunt, also ist nie zu Boden gegangen. Niemand hat ihn wirklich verletzt in der ganzen Zeit und das ist auch was, also ich finde es sehr beeindruckend. Einmal als Profi-Champion. Bei den Leuten, gegen die er gekämpft hat. Das ist die erste Runde, wo es den Valeri geht. Das ist echt wild für eine erste Runde. Ist auch eine geile Kameraperspektive, wie man hier richtig mit dabei ist, in der Ecke. Jetzt hört euch die Pressure einfach an dir schon, also, direkt vor ihm. Es ist aber gut, wie Hegler das macht, dass er hier so nah an ihm dran ist, weil da gibt der Hegler nicht die Möglichkeit, seinen Reichweitenvorteil auszunutzen. Und das ist auch ein bisschen, wenn er die Schläge so, ja, schon erstickt, bevor sie richtig rauskommen können. Also, dass er hier nicht seine volle Länge ausnutzen lässt und richtig am Ende der Schläge steht. Da machen sie am meisten Damage. Er hat schon einen Cut. Verrückt, die erste Runde, ey. Zehn Jahre davor hat er das erste Mal, also neun Jahre davor. Das ist 85, 76 hat er das letzte Mal verloren. Und das, wenn ich mich nicht täusche, auch so, ein bisschen kontroverse. Decision. Hier schon mal die Slowmotion. Bang. Bang. Krasse Kombination. Upper Card, rechte. Das war auf jeden Fall eine heftige erste Runde, also ich kann den ganzen Kampf nur sehr empfehlen. Schaut euch gerne noch ein Video an. Hier habe ich euch zwei rausgesucht, die euch gefallen könnten. Und vergesst nicht, Leute, abonniert den verdammten Kanal! Schaut euch gerne noch ein Video an.